Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stranded Deep und weiter geht's, die Sonne geht unter, wir sollten uns beeilen Leute, wir sollten uns beeilen, ich möchte auf jeden Fall noch schnell, ah da fällt meine Tonne wieder runter, wir sollten auf jeden Fall mal schnell ein Shelter bauen, also ein Zelt, ach komm dann bleib hier liegen, mal ganz schnell ein Zelt bauen, weil es wird Nacht und ich würde die gerne überspringen. Dann Palmenwedel und zack, Palmenwedel kriegen wir zusammen, die steht schon so schräg, Vorsicht Baumfeld, so und ich hab äh, diese Tonne würde ich heute noch fertig machen, na mal gucken, äh das Problem ist, ich finde meine Insel nicht mehr Leute, juhu, juhu, boah Palmenwedel, gib her. Dann können wir nämlich erstmal die Nacht überspringen, der Typ hat ja die ganze Zeit Hunger, äh Dorst, Hunger geht eigentlich, aber Dorst ist halt echt krass. Ich kann auch nicht mehr so viel tragen und jetzt sind hier so viele Schifffracks, das ist halt ärgerlos. So, und jetzt können wir doch ein Zelt machen, können wir, ich muss nur mal gucken in welche Richtung, oh die ist auch wieder ein Schwein. Eine Sau, oh die Insel hier ist auch richtig geil. Und hier gibt's auch, oh ne doch nicht, ich dachte so Pipi Pflanzen. Hier ist Pipi, guck mal tatsächlich, krass, also die Insel ist heftig hier. So, und ich muss danach, oh hier ist noch ein Schwein, oder ist das das? Und danach muss ich zur nächsten großen Insel und wir hoffen uns, dass ich irgendwann, wenn ich alle großen Inseln durch hab, wieder auf meine Insel komme. Und ich geh davon aus, dass das dann auch nicht unsere ist. Okay, Leute, aber ich seh auch keine andere große. Und hier ist noch lauter Loot. Mal wieder viel beschäftigt, da ist noch eine große. Die Frage ist, komm ich von der? Ich glaub von der da komm ich. Das heißt, wir fahren auf jeden Fall dann mal da lang weiter. Ich hab ja überall meine Spuren gemacht. Das werde ich hiermit auch weitermachen. Wir fahren dann da weiter. Und bauen hier das Zelt hin. Zack. Speichern das Ganze. Und machen da lang wieder die Pfeile, also den Pfeil. Ähm, zwei. So. Ich mag diese Musik übelst. Und ich weiß nicht, wie viele Leute einschlafen bei dem Let's Play, weil die Musik so entspannt ist. Hahaha. Könnt ihr abends gucken zum Einschlafen. So, zu der Insel fahren wir dann weiter. So, und jetzt schlafen wir erstmal. Bis es wieder hell wird. Und dann müssen wir leider erstmal die die Insel looten, weil hier gibt es so viel Stuff. Das ist schon unnormal. Alleine, dass es hier schon zwei Schweine gibt, das ist schon crazy. So, jetzt gucken wir mal. Planken haben wir nicht. Stuff und Pipi. Müsste tatsächlich eigentlich mal noch einen Slot frei machen. Das machen wir auch. Für nochmal Holz. Wir haben so viel Holz. Auf die Idee mit den Pfeilen muss man auch erstmal kommen. Geil, oder? Wenn ich auf eine Insel komme, wo ich schon war und dann sehe ich da ein Pfeil liegen, dann weiß ich genau, wo lang bin ich gefahren. Hahaha. Tschüss. Hahaha. Alles Rinn in Ozean. Schön dem Hai auf dem Kopf. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was haben wir noch? Das Fleisch wird schon schlecht sein, oder? Nee, es ist tatsächlich noch haltbar. Krass, hätte ich nicht gedacht. So, das Schweinchen müssen wir uns noch holen. So. Ja, dann lasst uns mal kurz erkunden, was hier noch so rumliegt. So, klar, die Dinger hier wieder. Was hast du wieder? Ei, wir kommen nach Hause. Wir können, glaube ich, alles bauen. Komplett. Wir können zur Villa bauen, alles. So viel Steine und Holz und Gras, was wir haben. Palmzeugs. Selbst Palmenblätter. Palmenwedel. Haben wir so viel dann. Richtig geil. Und ich weiß nicht, worauf ich mich gerade am meisten freue. Dass wir die Schiffwracks gleich noch looten können. Ich habe gerade ein Mega-FPS-Shorts schon wieder. Das ist krass. Umso länger ich das spiele, umso krasser auf Drops, äh, Drops kriege ich beim raufnehmen. Als ob irgendein Catch, äh, Catch-Bingsbums voll ist. Keine Ahnung. Aber nur bei dem Spiel so. Mysteriös. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier nicht wieder irgendwie vergiftet werden. Finden wir hier eine Kiste. Ein paar Kisten wären noch ganz geil eigentlich. Finden wir. Doch, finden wir. Ja, nice. Da können wir den Fischerhaken rausschmeißen. Dann haben wir schon wieder einen Slot frei. Finde ich sehr gut. Geil. Drückt mal die Daumen, dass hier noch mehr geiler Loot ist. Ich würde gerne mal einen Volleyball finden, Alter. Das wäre richtig episch. Mr. Wilson. Noch eine Kiste? Ne, leider nicht mal. Schade. Okay, so. Da haben wir noch eine Plane. Und hier haben wir noch Kulorn. Die nehmen wir diesmal so mit. Da können wir nämlich mal eine Angel, äh, Dingsbums bauen. Wie heißt das? Eine Angel... Eine Boje. Nennt man das so? Boje nennt man das, oder? Vorne? Ich weiß gar nicht mehr, ey, Alter. Ich war mal Angler und weiß das nicht mehr. Ist das schlimm? Oder ist das schlimm? Weil ich war schon ewig lange nicht mehr angeln. Planker. Tape. Äh. Haha. So, dann nehmen wir den gleich raus. Und hauen den mal über Bord. Braucht kein Mensch. Ich bin jetzt schon voll. Das ist nicht so gut. Wieder von alleine. Okay. Eine Bose-Pose. So heißen die Dinger. Stimmt's? Beim Angeln ist hier keiner von euch Angler. Von denen, die zugucken. Stein lasse ich erstmal da. Hier die Dinger noch am besten. Dung, die Dinger. Diggi, das Läggen. Das ist auch die letzte Folge, die wir heute aufnehmen. Dann geht das noch. Müsst jetzt einmal mit durch, Leute. Dann müsst ihr einmal durch jetzt. Beim Angeln würdest du einschlafen? Nee. Wo sind eigentlich meine ganzen Kisten hin? Habe ich genau auf der anderen Seite gebaut, oder was? Ich freue mich, was zu trinken. Guck mal. Da ist die Schlange, bitch. Kommt auch noch auf mich zu. Geh weg. Kann mir nicht schon wieder leisten, vergiftet zu werden. Oh, was haben wir hier, ne? Das ist ganz gut, wir haben nämlich Hunger. So. Ja, ich glaube, das reicht auch, was wir hier an... Oh, jetzt ist die auch noch kaputt. Ja, Diggi dann erst recht. Aber das hier würde ich gerne noch mitnehmen. Yucca-Palm. Yucca-Palm sind immer super. Da kriegst du nicht so viel raus. Wo sind denn jetzt meine Kisten? Hier. Bist du mein Inventar wieder leeren? Mal so'n Lappen. Ich hatte doch mal irgendwo schon mal so'n Lappen. Das ist auch so'n Fischer-Ding, Alter. Das braucht kein Mensch. Ich muss hier noch was anderes reinpacken. Hier die Bojen. Wo sind die Planen? So, jetzt können wir den anderen Schmutz noch holen. Hier hinten war noch ne... Hier die Dinger noch. Boah, wir haben so richtig viel Loot, Alter. Voll geil. Boah, dieses Lacken. Es tut mir leid, Leute. Es geht nicht weg. Also ich kann's erst nächste... Nächste Folge beheben, quasi. Wir looten jetzt mal hier noch die ganzen Wrax. Und dann... Oh, nein! Zum Glück hab ich Pipi-Zeugs gefunden. So. Guck mal hier. Oh, hier ist schon ne Kiste. Oh, die ist gut, ey. Mit Benzin drin. Die ist sehr gut. Oh, hier haben wir auch nen Ring. Das ist ein richtig guter Loot-Spot. Oh, ja, Lampen. Richtig geil. Bisschen Licht im Camp. Was ist denn jetzt hier mit? Ah, hier oben liegt er. Ja, nice. Die nehmen wir mal mit. So. Vielleicht können wir den auch noch mitnehmen. Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir das so stapeln. Und darauf die, ähm, die Tonne. Weiß es nicht. Gab's da jetzt noch was? Ne, nur den Ring mal. Ach, jetzt kommt der zweite hoch. Guck. Guck mal, hier geht's noch unten lang, oder? Nein, unten gibt's nix. Unten gibt's nix. Oder ich baue die, muss gleich mal gucken, wofür ich einfach überhaupt Reifen brauche. Vielleicht haue ich die doch an mein Boot. Weil wenn ich die jetzt einmal schon hier hab, wo ich den jetzt mal noch, warte, wir gucken erstmal. Was brauchen wir noch Reifen? Hier schon mal nicht. Hier auch nicht. Da auch nicht. Wahrscheinlich, wenn dann, bei hier, brauchen wir zwei Stück. Guck mal, dann brauche ich den dritten gar nicht holen. Farming auch nicht. Krass, die brauchst du echt nur fürs Boot. Ja, komm, dann machen wir das. Dann mache ich mir hier ein, äh... Wir brauchen ein Saiyo. Ach, hat er nicht da. Hat er nicht genug da. Nee, ja. Da ist die Sau. Geil, sie hängt fest. Meine Chance. Chris baut Reifen an die, an sein Boot, dann kann er über die Insel fahren. Ja, Fäden, Alter. So. Ey, wir haben eine richtig gute Loot-Runde. Aber, jetzt heißt es erstmal, seine Insel wiederfinden. Das wird schwierig, ey. Das wird richtig schwierig. Okay, haben wir. Ich brauche auf jeden Fall ein Seil. Eins. Wie viel habe ich denn? Okay, zwei noch. So, also ein Seil bitte. So, dann knüpfen wir mal da die Reifen. Knüppern wir mal die Reifen ans Boot. Halt hier. Ja, du brauchst wieder zwei Reifen. Säger, was denkst du, was das hier ist? Guck mal, das sind zwei Reifen. Zack. Und das können wir jetzt hier wieder ranballern. Äh, das machen wir hier daneben. Flipp. Geil. Verarbeitet. Läuft. Es läuft. So, dann gucken wir noch schnell. So. Hier ist mal darüber laufen. Ich sollte mal mit meinem Boot. Oh, hier ist nochmal Pipi. Guck mal, da können wir jetzt direkt Pipi-Saft machen. Pipi-Saft. Leute, Pipi-Saft. Wo soll das noch hinführen? Pipi-Saft. So, dann können wir nämlich jetzt mal hier ein bisschen Ordnung machen. Planken. Machen wir tatsächlich nicht. Was haben wir noch? Ne, das brauchen wir nicht. Machen wir lassen? Ne. Hier, planen. So, und jetzt haben wir auch wieder Platz. Sehr gut, aber irgendwo hatte ich noch eine Pipi-Pflanze, glaube ich. Da. Ein Seil brauche ich. Habe ich nicht irgendwo auch ein Seil? Da ist sogar noch Platz. Ein Seil. Mach mir ein Seil, Digi. So, und eine Korpusnuss. Langsam bin ich voll der Survival-Profi. Vergiftung. Gar kein Thema mehr. So, jetzt können wir nämlich hier, zack. Zack. Vier und schlag. Weg, gehauen den Scheiß. Zack, wieder rein in die Scheiß-Schlange. Da unten ist er. So. Wir wollten jetzt noch schnell looten. Ich brauche nur eine. Kokosnuss brauche ich noch. Mal her. Mh, vier. Mal noch schnell looten, Alter. Ups. Die Wracks. Mich interessiert doch brennend, was noch bei den anderen Wracks rumliegt. Bist schon so ein Wrack, Junge. Richtig abgefragt. Frag mich nicht ab. Oh, nochmal Bälle. Sehr gut. Die können wir mitnehmen. Die können wir alle looten. Looten, 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 looten. Sind es fünf Stück? Ja. Aber der große Weiße hat sich heute noch gar nicht sehen lassen. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Das verunsichert mich. Mag der mich nicht mehr, oder was? Der magt mich nicht mehr. Ich habe ihm gar nichts getan. Aber dafür bin ich heute schon wieder zweimal vergiftet gewesen. Oh, hier. Guck mal, das sieht man so gar nicht. Was ist das denn? Auch ein Boot. Geile, das Lied passt gerade richtig geil dazu. Kompass braucht kein Mensch. Ich finde meine Insel eh nicht. Schade, keine. Keine Kiste. 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 Hier ist eine Kiste. Braucht kein Mensch. Aber... Die Kiste an sich brauche ich. Die Kiste an sich brauche ich. Oh, Lampen Geil, ich stehe auf diese Lampen Ich brauche diese Lampen Ähm Was war da jetzt noch drin? Ach, einmal Leder, komm Scheiß auf deinen Leder, Junge Da sind nochmal Reifen, Alter Nochmal Reifen Und noch eine Kiste Dann zweimal so ein Angler-Scheiß Sehr gut, dann kann ich das hier gleich reinballern Nein, nein, nein Und hier auch Flupp, und schon habe ich wieder Platz zum Looten Die Frage ist Oh, da ist auch noch so ein Ball Die habe ich vergessen Müsste ich mit dem Boot hier ranfahren Oh, nee, das ist umständlich Krasser Hai Kommt da an Krasser Hai Kommt, Krasser Hai So Ähm, haben wir hier noch irgendwas? Geste, Geste, Geste Komm ich da überhaupt rein? Ja, hier komm ich rein Oh Da oben ist auf jeden Fall was Aber hier unten ist nichts Okay, ich muss da hoch Kommt der da nicht hoch Hör doch auf Oh, mini unglücklich, Junge Ich muss doch da irgendwie reinkommen können Eigentlich an den Dingern da Ja, ähm Ja, so kommt man da auch rauf War ich hier schon? Okay, dann war ich hier wahrscheinlich schon Ja, ich brauche was zu trinken Dann war ich hier schon Wie es ausschaukelt Ja, dann würde ich nämlich auch sagen Schlafe ich jetzt bis die Nacht rum ist Und dann Fahre ich weiter zu der Insel da Und hoffe mal, dass das endlich mal meine Heimatinsel ist Weil ich hab echt keine Ahnung Wo sonst meine Insel sein soll Das wird, äh, spannend, Leute Das wird richtig spannend Außer was dumm ist Ich sollte echt mal mit meinem Boot Mal dahin fahren, wo Guck mal, hier ist der zweite Ring, ne? Äh, der dritte Ring Mal dahin fahren, wo mein anderes Zeug liegt Nein, nimm mit Boah, ist das jetzt so schwer? Na, jetzt geht's Ja, aber guck mal Noch würde es fahren Noch würde es fahren Alter, das funktioniert Nur geht Aber ich muss meine Kisten holen Da, äh, nützt nix Das nützt nix Wir brauchen unsere Kisten Jetzt wüsst du, wo die sind Da Gehst du? Geh wieder schön durch die Wracks durch Als hätten wir ein Leben lang Nichts anderes getan Hahaha Wo ist mein Shelter? Wo ist mein Zelt? Wo ist mein Zelt, Junge? Einmal um die Insel fahren und mein Zelt suchen Aber guck mal, das funktioniert hier hinten Oh, 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 rechts, 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 links, links, links Da hinten sind meine Kisten, ich sehe sie Das ging gerade nochmal gut Die Titanic nochmal dem Eisberg Okay, nicht ausgewichen Es ist auch noch dunkel Ich meine, wenn es hier gestrandet wäre Und da liegen bleibt Dann kann es gerne da bleiben Ich will nämlich ja nur meine Kisten holen Ich will nur meine Kisten holen Kiste, Kiste Dann fahren wir mal den Abend durch Genau, wir wollen ja Eher in die Richtung So, nice Dann hofft mal Und drückt die Daumen Dass das da unsere Insel ist Bei der wir am Anfang gebaut haben Ähm, ansonsten bin ich aufgeschmissen Und, äh, ob es die richtige Insel ist Seht ihr in der nächsten Folge Bis dahin, macht's gut Tschüss , A-A-T-A-T-G zaman she